Südlich! Deine Stellung ist ein feindliches Boot! Die Teufel mache ich platt! Anscheinend ist nördlich seiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger! Einsatzziel Delta, Wurzeln machen die Ziel! Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Delta! Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Boot! Nördlich von dir! Nördlich deiner Position scheinen feindlicher Scharfschütze zu sein! Wurzeln! 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 Was ist denn hier? Die Schreiber sind auf dem Weg. Die Schreiber sind auf dem Weg. Die Schreiber sind auf dem Weg. Das war's für heute. Ich habe ein Mannlich-Händler-Schütze, die sich deiner jetzigen Position gesichtet hat. Ich will die Rollstuhl-Payler! Hey, oh fuck! Ich werde die Dämpfer fangen! Ich habe ein Mannlich-Händler-Schütze, die sich deiner jetzigen Position erscheint, ein solcher Plattjäger zu sein. Einflussziel-Jourley wurde neutralisiert. Wir haben Einsatzziel Alpha verloren. Ich habe Sichtkontakt zu der feindlichen Flugabwehr. Blödlich von dir. Wir haben gerade Einsatzziel Netter verloren. Visiert das Einsatzziel an! Achtung! Unsere Systeme fallen aus. Wir wurden... ...einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. Ehe! Einsatzziel Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ich habe den feindlichen Ambil Schützen nördlich von dir gesüchtet. Ehe! 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 Einsatzziel Alpha ist verloren. Die Schreiber werden mit einem Schreiber verabschieden. Wir haben gerade Einsatz von Ziel-Delta neutralisiert. Höft uns! Einsatz von Ziel-Delta, das ist der Haus! Aktuelle Einsatz, Ziel! Achtung, Einsatz, Ziel-Eckung, ohne erobert! Achtung, Einsatz, Ziel-Eckung, ohne erobert! Greif das Einsatzziel an! Ich komme zu ihr! Wir haben Einsatzziel Eifer neutralisiert! Wir haben Einsatzziel Eifer neutralisiert! Es geht um ein Halt zu einem Schuss. Wir haben zwei Knie-Eckung. Wir sind in der Hand auf den Anwahl. Versteigen wir den Anwahl. Wir haben die, die Knie-Eckung. Wir haben die, die Knie-Eckung. Wir haben die Knie-Eckung, eine Knie-Eckung. Wir haben die Knie-Eckung. ARD Text im Auftrag von Funk